Musik 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 was beim ersten Lied zu schlagen wird. Dann hast du deswegen Schlagkraft. So, ja, schön, dass ihr hier seid. Und das Lied ist schon wieder. Bitte einfach eine andere Liedstecke. Jetzt kommen wir später, wo wir schon wieder Lied sind. Und wir machen jetzt mal weiter mit dem, was wir nach allen Dingen zum Angaben so als 2.4. zusammengehen. Und wir erzählen euch jetzt, wie schön es sich freien und schweren ist. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 zur Medien der großen, einzigartigen Liebe. Das muss nicht unbedingt zu einem Menschen sein, da könnt ihr euch auch auf ein anderes einseitigen, sei es Schoko kuchen, das rauszieht vielleicht, vielleicht der Lieblingskrimi, am Samstagabend, am Fernsehen, egal, irgendjemand hat noch etwas, das wirklich vom Herzen bietet. Und darüber besuchen wir jetzt. , , . Musik 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 Und man muss ja nicht irgendwie so Geschlechtskurz und sich beleidigen. Kommen wir zu einer anderen großen Liebe, wo ich sagen muss, das sind schon ganz schön merkwürdige Praktiken, die da in dieser Rehabilität vorkommen. Weil, wenn meine Liebste von mir erwarten würde, dass ich wie ein Schwert aus der Brust ziehe, wer es in der Sinnweite probiert. Und weil sie uns auch schon lange rausgegangen ist, insofern tut mich ein. Ich in meinem Leben, in meinem Leben, in meinem Leben, und in meinem Leben, in meinem Leben, und ich heiße dich nicht mehr so. Ich versuche den Weg, bei mir, über sie und dann gegebenenfalls mir- So, you can be lost in my heart Seizo in your dreams I hope your dreams are not possible Even in this moment, sometimes I can be lost by you You can be lost in the world Musik Musik Ich bin nur einig, 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 einig. Ich bin nur einig. Musik ... Das war's für heute. wird euch kein Zwang haben, sondern wie eure Nachbarn. Fangt an zu kuscheln. Puschelt etwas näher. Versucht es noch mit einem sauberen Kuss auf die Wange. Wenn ihr doch nachher noch keinen Empfang an habt, dann dürft ihr vielleicht in der Nähe den Hörnern bleiben. Und wenn nicht, geht es mir echt leicht. Wir tun unser Bestes, es funktioniert. Wir kommen zu etwas sehr Schönen. Das ist ein ganz leichtes Fang ist heute hier. Schade. Ja, die erste Wache, das war Hannes, war gestern bei uns im Open-Air-Auftritt, der recht feucht zu ging, nur nicht mal so sagen, dabei. Und weil der nächste Lied, das aus einem Computerspiel kommt, auch wieder auf dem Sohn spielt, muss ich sagen, bisher hat auch nie jemand den Computern mitgesungen. Und Hannes, typisch, so kommt äußern, auch trinkt Männer, sang ihnen brünstig liebevoll dieses Lied mit. Und wir waren so geflecht, so war es mal, dass Remmel fast die Stimme verdachte. Und das wird was heißen. Insofern, wenn jemand da ist als Kind, sing ich lauter als mit, weil die Überraschungen in diesem Gesicht ist einfach so schön. Das 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 ist einfach so schön. Wir werden so gerne rockern wollen, wir versuchen uns auch halbwegs zu bleiben. Nur irgendwie sind wir viel zu kitschig und romantisch. Das ist bei den Liedern und bei der Liedauswahl immer eher fürs Herz und fürs Schmachten. Wenn es rausläuft oder sehr eilatet. Aber wir bleiben am Schmachten und wir bleiben bei einer wunderbaren Filmtechnologie, die man von Herzen gerne mochte oder man sagte, jeder Film dauert zwei Stunden oder länger und ich sehe, um die manchen Prozent Landschaftsaufnahmen von Neuseeland. Ich weiß nicht, ob das Brüllen heißt, dass die es nicht mögen. Oder ob man sagt, naja, das kommt immer hin. Am Ende kommt der ja für den Schatzvulkan. Und was danach passiert, ist unter anderem ein wunderschönes Lied von der Inde. L.M. Lennhaus. Die Schatzvulkaner Musik Was dreamt, was you happy for me? Did I call it a dream? Was I such an essential one? What do you mean? What are these dreams of wonder? What are these dreams of wonder? Can you see all the dreams that passed away? Save in my world So we go on the street What can you see? Amen. 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 Beziehungsweise auch nicht ganz, denn wir haben es jetzt durchgehalten, hat jetzt noch viel Spaß. Wir haben euch geholfen, bis zum Bitteren und Elbe zu tuns nach Morbor zu gehen, um dort Rock'n'Roll Kids zu singen. Wir tanzen nackt mit dem Drucker. Dieser nächste Song wird von Lady Rock'n'Roll Kids ein alter Haar. Für alle die, die denken, nee, der steht jetzt nicht da draußen, nee, der ist schon etwas älter, nicht mal so alt, äh, älter als wir. So, auf jeden Fall ist das eigentlich unser Bang-Song, weil die erste Zeile heißt, wir lingen das Gedenken. Und jetzt, ähm, so leben wir und wir werden uns mal kurz oder so gedauert. Und jetzt, ähm, so Lizard und Hellmann Das istや. Vielen Dank. Sieg dann 40. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für mich. Und ich bin hier und lieber Gilden zwang. Wir machen ein Lied nicht um Liebe, sondern es geht um den kleinen Heldweil Eichmann. Der einen beim Werken steht, der einen gemächtigt, wenn es mal scheiße läuft. Ich habe auch einen Spenden, oder? Ich habe die ganze Zeit benutzt. Aber es ist schön, was da heute ist, oder? Aber das wäre ja auch in der Entschlussung. So, auf jeden Fall in dieser kleinen Lied. Und ich möchte gerne dieses nächste Lied. All den Orga-Meldern auf dieser einen Lied mitbringen. Vor, hinter der Bühne, da draußen. Die das wirklich sehr wunderbar an den Menschen machen. Uns unglaublich vielen Helden, mit denen wir so freundlich ruhig sind. Auch wenn wir in Italien gar nicht. Und deswegen, hier heißt es. Aber für uns Kurt. Wuh! 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 Wenn du dich liebst, dich zu schlafen, du brauchst du dich an der Schicht. Diese Länge, die ich hatte, du brauchst du bei deinem Ende mit. Auf die Nähe, du würdest du sein, da brauchst du dir konsultive Spiele, du brauchst dich für dich, du brauchst dich für dich, du brauchst dich an. Hallo, guck mal, vielleicht hab ich dich, du bist bei dir, du bist bei dir, das schnell war. Wenn du dich liebst, wenn du dich fühlst, find ich dich ist bei dir uns. Hallo, guck mal, dein angst du mich? Ich weiß nicht, du brauchst dich för dass, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du brauchst dich aber stets auf der Bibel zu sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Hallo, 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 hallo. Ok, 1.ivoin, hallo, 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 hallo. Ack, super, hallo, 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 hallo. Ok, 1.ivoin, hallo, 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 hallo. Wenn ihr, ihr nach Hause, Profikiller seid, kurz eingesetzt wird und wir selbst nicht wirklich. Mein Weiß, mal vertraut ja nichts, besser, sitzt es vielleicht hier am Morgen. Stellt euch vor, mir seid Profikiller. Und ihr wollt euch ein richtig guter Tagstagen, würden wir zu einem typisch harten, männlichen Beruf Mädel-Mädel-Logen bekommen? Ich weiß ja nicht! Und auch noch für eure harten, krassen Profi-Klar-Fäumung zusammenbilden-Checke machen? Okay, super! Wir sind dabei, ihr wollt, dass der nächste Sommer noch weiterkommen. 2. 3 3 4 5 10 10 11 11 12 13 Geht nicht, dass ich nicht mehr bei uns auf der Stelle Ich muss es jetzt nicht mehr auf Auf der anderen Reihe zu gehen Aber ich muss mich nicht mehr auf Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik Ich möchte mich von der Bühnen und der Bühnen und der Bühnen und der Einschwerden. Ich werde das Geheimnis und der Bühnen und der Bühne und der Bühne. Musik damit der Drammer auch mal kurzzeitig minimal im Mittelpunkt steht, oder witz. Und der zweite Grund ist, dass wenn man sagt, man spielt immer nur akustisch, gehen ein Blutmann die Instrumente aus und mein Vater und Vater sagt, oh, da gibt's was total cooles. Das ist dieses Ding, wo die Jahre reingebustet hat. Da ist keine Bakterie drin versteckt, das ist also Lungenkraft. So, jetzt zum nächsten Song. Lungenkraft. Das ist so, von Lungenkraft zu diesem Song. Mit viel Lungenkraft kann man länger als drei Minuten unter Wasser bleiben. Vielleicht, das hätte der Musen vielleicht auch. Das liegt in der Geschichte. Von sofern kommt aus einem weiteren von Rebels Lieblingsspiele Koffer, und zwar aus einem Übrigen, in einer deutschen Übersetzung von Yuki. Und er braucht den Rainmaker. Eine Maschmusik von Warren auch als drei Minuten unter Wasser . Das ist sehr gut. Und er braucht den Trigen Horst. Dann müssen wir sehen, nur noch. Einen schönen uns, um denn die Bühne zu essen. Die Dirigen wir hier auf einmal kommen. Ich bin der Verteidig an und sage, wenn es mir nicht nur leicht kommt, wenn es nur die Werte veux, es kürzelt und glatt im Anblick, wenn es mir vorenedig ist, Wie sie ist der Lüge, ich bin so am Ende züchten und in der Weihnachtsmann. Du hast die Nachtzweig von Lüten und das Wort, dann sei dir vor die Weihnachtsmann. UNTERTITELUNG Amen. Ein paar Minuten in den Namen, als du geschaut hast, denn in den Händen sind die Ewigkeit. Das ist zwar auch der Lass, wie noch der vierte Ziel, denn ich hab nur ausgedacht, dass du die Autor gesehen hast. Ja. Oh, 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 oh Feindleibus des Versuchses Feindleibus des Schreibers Das ist ein Schreibender so ein Jahrhundert so ein Malzuh'n in der Welt so ein зig ... Es sieht immer so aus als während sie hier Limbo Das liegt aber nicht in den Ohren, sondern daran, dass Madame einen ganz anderen Einsatz gemacht wird als geplant. Möchtest du irgendwas gegen die Duell an Böden aufzusteigen? Das wäre ja langweilig, wenn wir jedes Mal das etwas geben würden. Ach ja, wer hat denn das dann auch schon echt gut bekommen? Das nächste Mal, wir werden das mal einfach trinken. Machst du irgendwas gegen die Duell an. Kommen wir zu etwas völliger Nu. Ich berichte jetzt am Anfang schon mal davon, dass wir wieder auf einer Bühne auf der Mette sind. Jetzt an diesem Wochenende zum dritten Mal. Und wir freuen uns auch so. Jetzt auch nicht. Ja, das ist voll so gut. Ich soll euch ganz kurz einmal erklären, warum ihr schon wieder auf dieser Bühne seid. Dazu muss die Yukiya sich dann hinten über das Bühne neu aufbauen. Irgendwie sieht es total drohlich aus. Wir jagen mit dem Xylokon und dann steht... Das sieht es doch sehr gut aus. Ich kann nicht. Wenn lange es nicht dich fliegt... Schick willst du noch was zu dir sagen? Muss ich jetzt noch was sagen. Wenn du dir spielst du dich selbst? Absolut. Noch mehr. Ich bin die ganze Runde auf der Wiese umgesetzt. Ich wusste es jetzt nicht, ich war ja Tage zu früh hier. Doch ich wusste hier nah sein, jetzt endlich sitze ich auf dir. Ich bin grünenzüchtig und heute so ist es richtig. Ich bin grünenzüchtig, auf Wohrungen verzichte ich. Ich brauch schon Wärme richtig, mit grünenzüchtig. Aber es muss auch nicht, halt und mal durch, bühnenzüchtig. Die Bühnen gibt es in jeder Größe, große Kette, kleine Süße. Kirchen und den Stahlkappé, Pola, Pola mit Gehen. Sexy Bühnen, die sich drehen, Bühnen, die hier starken spielen. Und die Bühnen, die hier starken spielen. Und die Bühnen, die hier starken spielen. Scheiße, ich bin die alle. Ich bin grünenzüchtig, ich bin grünenzüchtig. Ich bin grünenzüchtig, grünenzüchtig. Wir sind grünenzüchtig, ja richtig. Grünenzüchtig, wir sind grünenzüchtig. Und ich bin grünenzüchtig. Und ich bin grünenzüchtig. Und ich bin grünenzüchtig. Das ist doch spannend, dass es schon vor einem anderen Vortrag kam, das zu schreiben. Denn auch wenn wir das kriegen, dass wir das mal schnell in der Nacht auf Frieda gelassen, das ist von den Monstern zum Liedermachen. Und meine Güte, Sie bringen sich schon bei diesem Lied. Wir sind schnell, das heißt, wir können ganz viele Züge abspielen. Irgendwie ist die Reaktion für die Hörer im Lack den letzten Lied. Aber es ist ja etwas gebraucht und wir hoffen, dass wir da wirklich wehen und nicht draußen auf der Bühne doch nochmal irgendwie so spontan das machen. Gut, wir könnten natürlich alle. Wir könnten, wenn wir wollten. Aber kommen wir zu dem nächsten Song. Ich beschreibe es gerne als die Hörer-Kurse. Denn wir beschreiben für euch jetzt einmal als Kurt. Kurt? Ich beschreibe euch für kurz jetzt einmal kurz die Entstehung dieser wunderbaren Welt. Und um es euch natürlich nicht so einfach zu machen, um gleich besser zu zwei Fächer, nämlich Geschichte. Und Englisch zu bringen, erklären wir euch noch die Geschichte. Da reden wir auch noch Englisch. Ja, aber nein. Na gut. Wollt ihr meinen kleinen Akkurs-Akkord? Ich habe ihn nicht gemeint. So. Das ist jetzt Kirti. Ich könnte auch wieder drehen, wenn ich dachte, ich könnte meine Akkurs-Akkord auch werden. Aber ich mache sie kommt zurück wie so ein Jojo. Vielleicht brauchst du das auch. Spiel den anderen sofort. Musik 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 So, danke euch, dass das auch sauerlangsam war, oder? Also, bei mir würde ich die erste Strophe nochmal haben. Also, das ist so wie hochgelegt, weil das war echt langsam. Kommt mal an, Achtung, ihr habt schon... Also, auch ein bisschen Halt, aber auch langsam ist nicht. Also, Chrissi? Ich wollte nur kurz hier raus, was zu werden. Ja, wir spielen heute sehr viel auch rein. Also, wenn ich... Ja, ich möchte jetzt ein bisschen aufschließen. Werden würde mich aufnehmen von euch. So, also, Chrissi, wir machen es jetzt nochmal, wenn es war. Viel, viel, zu langsam ist, guck, du wolltest schießen, du musst noch mal spielen. Wir machen einfach ein bisschen... Ne? I'm learning the mysteries that all started with a big bang. Bang. Könnt ihr nochmal in Doppel-Lexion-Spec? Das gibt ja so gerne. Ich würde nur viel... Ach, trug und du nicht ruhig, sind wir hart. Danke, dass wir nicht in Doppel-Lexion haben. Ich würde nur tun, wenn wir nicht in Doppel-Lex-Spec? Ja, ich würde nur tun, dass wir nicht in Doppel-Lex-Spec? Und wenn sie alle wiedervestigen, dass wir nicht in Doppel-Lex-Spec? So schön, wir haben noch Sex, du warst nicht? Wer hat sich wahrscheinlich Zeit? Zeit, Zeit, aber Zeit. Du warst nicht mal mit mir Zeit. Ist schön, wir haben Licht. Halb sechs? Halb? Zwei Stunden? Ähm, nee, haben einen Handtruck. Ja, die wollen auch nach Hause. Oder tun sie nach Hause und abbauen. Also die wollen es wirklich nicht. So, deswegen kommen wir... Deswegen kommen wir zum letzten Lied. Aber wer uns kennt, der weiß, unser letztes Lied ist immer ein nettes Lied. Weil es schon reingedauft hat. Mir könnte es anders sein. Ich glaube, diese Menden geht jetzt irgendwie auf Humor und Liebe. Aber, wir wissen, Liebe ist die stärkste Kraft da draußen, montiert drin in unserem Herz. Ja. Nein. Und ihr habt alle jemanden, die ihr leben könnt, wo ihr Liebe bekommen könnt. Und sei es eure Perspektive. Das ist vollkommen okay. Also. Unser Appell an dieser Stelle wäre nicht zu Humor. Wir wollen heute irgendwie sowas nicht gehen. Es ist viel zu schön. Um es mit dem Rest des Lebens in die Klasse zu verbringen. Oder sonst irgendwo. Der Appell an ist aus. Der Appell an ist. Ich bin gerade sehr emotional. Entschuldige. Wie wär's mit dem Pandora-Appell? Ja, was entwickelt? Was, perspectiv oder was im. Kann ich snoONE was spielen? Perhaps обычный Eiher. Ja, lustig. deserves kein Jaher. Wie tier es eins vorgeht. Das weiß die Sorgen. Bleibt jeder iterate. Deinertростri. Es wird doch ein bisschen rausgegeben, will ich nicht mehr antifizieren. Die Hände gehen in die Hände, in die Hände, in die Hände, in die Hände, in die Hände. Schöne Ich will es nur mit einem Gedanken Donner Oh, ich lotiere, ich will es so beantreten Bei mir geht's soEs Ausein zu einem Schublаг Ich bin ein Tag, ich bin ein Tag, ich bin ein Tag. Im Land ist die Kirche der Dirns, das Land ist fürchtbar, nur noch heute, wir schauen, die Sinsenheit, sie wie ein Tag. Ich bin ein Tag, ich bin ein Tag und ich bin ein Tag, nur noch ein Tag, und den Tag der Absatz auf dem Weg gehen, oder, noch heute, ich bin ein Tag, ich bin ein Tag, und ich weiß, dass es so ist, dass es so ist, Das war's für heute. Amen. 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 Ja, wie ist es gestellert? Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 ... 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